Die Botanischen Gärten und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Die fantastischen Geschichten von drei Objekten habt ihr nun gehört, aber eine davon war erfunden. Wollt ihr wissen, welche? Willkommen zurück in Fokus Terra. Ihr habt drei Geschichten gehört und ich kläre euch nun gerne darüber auf, welche die erfundene war. Es war meine. Was an der Geschichte nicht stimmt, ist, dass das Gestein von Hawaii stammt. Stattdessen wurde es von einem Künstler extra für Fokus Terra gefertigt. Ausserdem ist es nicht möglich, die Herkunft der Plastikblume mit Röntgenfluoreszenz-Analysen zu beweisen. Es ist aber wahr, dass es Plastikglomerate gibt und diese den enormen Einfluss von uns Menschen auf unserem Planeten zeigen. Wir danken euch fürs Mitmachen und hoffen, dass ihr viel Freude hattet beim Raten. Danke fürs Miträtseln. Weitere unglaubliche Geschichten gibt es zu entdecken auf fantasticstories.ch mit Röntgenfluor dove wir gehen. Vielen Dank.